Hallo, hier ist Sonja und wir sehen nach wie vor Spongebob Charaktere, beziehungsweise unser Spongebob hat sich körperlich ein bisschen verändert. Ha! Ich hab dich entwickelt. Geistig. Das ist meine Evolution. Das ist meine Evolution. Das ist nicht even my final form. Ja. Also, ja, wer weiß, was ich da noch so... Äh, ja. Oh mein, ja, Schwein. Ja, das war für ein, das war für ein, das war für ein, das war für ein. Wieso? Oh, okay, dann können wir hier. Top spielt Golf. Hier ist ein Schwein am Spot. Oh, das ist Top. Ne, das Schwein ist schon länger am Spawn, oder? Ich hab's mit uns auch. Ich hab's mit uns auch gegeben. Ja. Nennen wir's Marie. Willst du denn Marie? Kennst du eine Marie? Ne. Würdest du gerne eine kennen? Tops, willst du was sagen? Ha? Tops. Das ist eine versteckte Botschaft? Ja. Okay. Ey, Tops. Wie lange kennst du Marie denn schon? Ha? Ja. Tops, du und Marie, also würdest du sagen, das ist schon was Festes, oder? Könnte das wo's werden, seit wir uns da schon mal drauf einstellen? Können wir die mal kennenlernen? Wie heißt sie euch? Tops, wie alt ist die? storing es ja, das würde mich auch mal interessieren. Was rauszubinden, genau. Herr Jobs, wir interessieren sich für dein Privatleben. Ja, ist echt so. Wie es wahre Freunde tun würden. Ronja, was hast du da für eine Waffe? Ich hab ein... Eis... oder wie heißt es? Eisblade. Macht 7 Damage. Was hast du so? Oh, Eisblade. Ich hab nur einen Steinschwert. Doch, Ron! Doch. Ron. Ist Ron nicht der von Harry Potter? Doch, doch. Ich kann es nicht sein. Das war Ron. Offensichtlich. Ne, ich hab auszusehen. Ich hab ein bisschen zu oft geschlagen. Das passiert. Ja, das passiert mir auch oft. Machst du mit, Ron. Wir wiederbleiben, Tops. Und töten ihn wieder. Da bin ich natürlich dabei. Das ist immer... Ne? Haben wir halt ein Teamwork. Ich find's gut, dass wir eine gute Team-Synergie haben. Teamwork makes the dream work. Wo seid ihr denn? Ich hab leider nur 7 Gold zum Beisteuern. Deswegen dauert's noch einen Moment. Ey, willst du eine zweite Kill können, Ronja? Oh, ja, gern. Teamwork. Tops, du darfst nicht schreiben, wenn du tot bist. Weil dann kann ich mir einen Losche-Shopper kaufen. Das find ich ganz cool. Den hab ich noch nie... Einen Tottolepper. Einen... Richtig. Ja, deswegen... Wär ganz nice, wenn wir Tops einfach wiederbeleben killen könnten. Das wär... Prima. Prima! Prima. Ich hab jetzt schon 14 Gold. Wie viel habt ihr? Ich hab nen Tank des Lebens. Aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn benutzen will. Wieso denn? Weil... Ich mein, ich weiß nicht. Derjenige, der tot ist, der hat mich relativ oft einfach mal so gekillt. Aber wir können ihn doch einfach wieder killen. Wo bist du denn? Damit wir ihn direkt nicht töten können. Derjenige kann sich gern bei mir entschuldigen per slash tell. Dann belieb ich ihn vielleicht wieder. Hat er sich entschuldigt? Ich weiß es nicht. Oh, er sagt. Sorry Flo. War nicht so gemeint. Bist mein Lieblings-Youtuber. Ja. Das klingt nicht nach ihm irgendwie. Ja, wenn das so ist, Tops. Ach ja, und... Du, du warst immer ein Vorbild für ihn. Und... Ja, Tops. Hat er geschrieben wahrscheinlich, ne? Hat er mir neulich auch im Vertrauen erzählt. Er hat gesagt, ja, wundert dich schon. Und er wär gern so wie du. Äh, ja. Ist ja eigentlich ganz süß, wenn man so drüber nachdenkt. Was schreibt Tops noch so? Er schreibt, er würde mit mir teamen. Okay. Und... Er freut sich, dass er die Chance hat, mit mir teamen zu dürfen. Eine Ehre ist es für ihn. Oh, guck mal. Das ist ja niedlich. Ich hab zwei Geschwerte, gell. Ja, also wenn ich halt Tops der Lieblings-Youtuber bin, dann muss ich den halt wiederbeleben. Hi, Tops. Hi, Tops. Wo bist du? Tops, wo bist denn du? Ey! Sag mal, was soll denn der Müll jetzt? Eingriff! Ey! Blut für Dana! Nein! Hä? Blut für Dana! Blut für Dana! Blut für Dana! Du bist Wolf. Töte deine Freunde. Ich bin Wolf. Ey, ich bin Tobias. Töte alle anderen, um zufrieden. Ach, das wollte ich! Oh, oh nein! Nein! Ich hab' gehört, seitdem Marie da ist, leckt die Map. Also sollten wir vielleicht einfach Marie kennen, oder? Nein! Ich töte jetzt Marie. Aber das ist, Marie ist der Wolf. Das ist Tops der einzige Freund. Ja, genau. Flo und Jürgen haben sich in Marie verliebt. Okay, beide. Sagst du. Nö. Und was ist mit dir? Also du kennst Marie jetzt jetzt schon eine Weile. Ja, genau, Tops. Ich mein, ist ja schon eine besondere Beziehung, die ihr zwei habt, oder? Würdest du es nicht sagen. Ich würde Maria einfach essen. Okay, das ist auch wieder hart. Okay Flo, zu einer bist du. Marie, hilf mir! Hör auf! Jürgen, hör auf! Jürgen wöcke mich! Jürgen will mich angreifen. Oh, was? Wer ... wieso? Wer hat jetzt wen gekillt? Tops hab mich gekillt. Flo ist einfach wahrscheinlich wieder ausseiten. blöde, aggressive Tobias. Ich habe ihn jetzt mal getötet. So. Tobias, wo bist du? Wieso wolltest du das wissen? Weil ich dich töten möchte. Es ist Tops. Ah ja, es ist. Jön, Rönja möchte mich töten. Es ist wohl offensichtlicher, wer was du ist, oder? Ja, du bist der Wolf, deswegen will ich dich töten. Ja, du bist nicht gern und du bist der Wolf. Bist du was? Ich hab's nicht mit Logik. Naja, also ich bin scharf, okay? Nee. Und ich würde gerne den Wolf töten. So wie jedes Schaf. Ja, aber... Aber wer ist der Wolf, fragt man sich denn erstmal. Es ist Tobias. Es ist Tobias, richtig. Komm, wir suchen Tobias. Nein! Ja. Tobias, wo bist du? Ja. Ich guck oben her. Hast du gerade gerollt, Tobias? Ich hab gerollt. Ah, nee. Okay. Tobias. Was ist denn los? Tobias, komm mal bitte her. Wo bist denn du? Ich? Ich bin gerade mich am bewappnen, damit einer von euch gleich mit den anderen töten. Am bewappnen? Ja. Okay. Äh. Achso, weil der Wolf ist. Aber wo bist denn du dich am bewappnen? Tops, guck mal, wär's nicht schön, wenn wir alle kooperieren könnten? Nein, nicht mit euch, weil ihr mich töten wollt. Und du sagst... Du bist der Wolf, Tobias. Ich bin nicht der Wolf. Hört auf, das zu sagen. Ja, klar. Ja. Wir sagen, wir wollen dich ja nur töten, weil du der Wolf bist. Das ist ja nichts Persönliches. Also muss ich jetzt... Ah, genau, Tobias. Hä? Guck mal, wir wollen ja nicht sterben. Ich glaub, irgendwie backt bei mir gerade ein bisschen. Okay. Das ist typisch für den Wolf, glaube ich. Aha. Oder? Julian, glaubst du auch, oder? Ja. Das hatten wir jetzt ja schon ein Hammer, das Problem, dass der Wolf gebackt hat. Ähm. Sag mal, wo bist denn du? Hä? Haube so bist du. Äh, ich bin auf der Titanik. Oh, okay. Juhu. Du 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 du. All right time my my dream. Oh der ist Haube, das Haube, das Haube, über die, über die. Ah, hey u. Ah, hey uh, hey uh, hey uh uh, hey uh. Er bei der Treppe hoch. Er wills hin? Er wills hin? Ich weiß es nicht. Er hat eine Ursache verknämmung von Wolf. Ah, toll. Ja. ich hab mir kein wolf und die gefundenen dingen sind vom wolf shop hast du ja ja komm ich weiß dass du bist wusste ich doch gehören johann ist es johann ist es johann ist es johann ist es wahrscheinlich oder boll fleckt habe ich gehört hahaha hahaha ja es ist wirklich topskraft unsichtbarkeit sporsche mit dir schweres worteil ja du hast aber du hast die heavy duty das jörn hat die heavy duty von ja ja ich hab 20 aber die heavy duty ist ja kein dings 20 emeralds hast du gehört wahrscheinlich hey ja pass auf ja aber hast du mich gerade geschlagen ja aber nur freundschaftlicher schlag auf die schulter hallo ich habe ich glaube ich bin viel spaß doch komm her jörn kommt oh mein gott was ist denn passiert hier du bist schlecht johann komm her du ich bin fertig fertig ist die heavy duty bald leer stirbt doch nein wo seid ihr okay jetzt habe ich eine frage wie ist froh gestoppt der klasse auch zu schmatzen biete stopp ey so freundchen flo ich schubs dich jetzt hier gleich runter du gibst mir mein gold zurück das stand mir rechtmäßig zu top top 26 zufall wo hast du die her aus meiner kiste vielleicht nein ich hab ich hab's nicht mehr ich hab's ausgegeben wofür ich hab die steine benutzt um die steine zu zerstören nö das wissen wir nicht wir töten jetzt verflogen ja das wissen wir nicht ja mehr hab ich nicht das stimmt nicht ich weiß genau wie viel du hast ich hab keinen randomizer gekauft das nicht ich weiß genau ja mit meinem gold das ist nicht in ordnung hä hör auf ich bin ein vb-golf brumm brumm Brunner wo bist du ich bin drinnen beim bärenfeld wo bist du wo ist im bärenfeld drinnen bitte ich muss jetzt schnell zurunde in den wolf ich mach einen Weltrekord warum bist du wolf oder wie willst du uns alle rampagen ja ich hab den bull schon tot ich hab ihn mit der hand gehlt was wo bist du sag ich dir noch nicht an einem geheimen ort nicht beim bärenfell natürlich wo ist ein bärenfell ah ok ja ich weiß schon nein 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 hier weg bleib weg bleib weg bitte bleib weg ok ich muss jetzt mal zu rauben schnellste runde kriegst du eh nicht mehr hin äh tops lebst du noch ja ich bin grad am join ja ich bin gecrasht ihr habt einfach direkt wieder start gemacht ja das stimmt ey julian wo komm raus wir sind am spawn ja was ist wenn jetzt keiner von euch der wolf ist ne doch julian ist doch wolf ah nicht jürgen ist wolf ah ich hab genuessung oh das ist gut hau julian bist du scharf jetzt eigentlich oder hast du einfach keine Rolle keine ahnung was ich bin ok ich werde dafür jürgen töten nicht mehr den ja julian ist doch wolf ja siehst du hast das nicht anders verdient das ist ja sinnvoll julian wir wollen doch nur spielen jürgen ist oben jürgen ist oben in der komischen kabine oh nein er war's jesi so dann war's das auch mit dieser runde ähm tops ist jetzt halt wieder nicht mehr richtig drauf gejoint ich bin der beste ich hab meine ganzen sachen aber schön dass du dabei warst tops es hat uns gefreut ich hab geholfen du hast geholfen ich hab geholfen du kriegst ne teilnehmermedaille ok ja ok ich hab keine einzige mal küsse dabei das war's das ist gut bis morgen ciao